Ja, sind schon einige da. Die Polizisten liegen auch schon am Boden. Ich höre noch nichts. Kollegen, alles klar? Niemand da? Okay. Ach du Scheiße, es geht los. Deckung suchen. Oh nein, mein Kollege wurde gerade nicht getroffen. Schieß doch mal, Kollege. Ach du Scheiße, die kommen raus. Ich hoffe, die haben nicht allzu viel Gehessen genommen, beziehungsweise getötet. Alter, wie kommt er noch raus? Unglaublich. Oh, einer lebt noch. Alter Kollege, rennen wir nicht in die Schussbahn. Wir gehen mal auf die andere Seite. Da siehts auch ziemlich gut aus. Wir gehen rein. Oh Gott. Wir gehen rein. Oh, ein Kollege ist schon da. Keine Panik. SEC am Start. Kann noch niemand sehen. Ich hole jetzt mal die erste Geisel. So, bleiben Sie rück. Gehen Sie raus zum Eingang. Gut, den ersten haben wir schon. Wie siehts jetzt hier aus. Nächste Geisel am Start. So, bitte. Raus zum Eingang. Zum Ausgang. Raus zum Ausgang. Hauen Sie ab. Die nehmen wir auch gleich mit. Dann haben wir schon mal drei gesaved. Wunderbare Aktion. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hoch. Kollegen. Wir gehen rauf. Hier kommen wir nicht weiter. Ah, da sind noch mehr Geisel. Scheiße. Oh Gott. Oh, Schüsse sind wieder gefallen. Oh Gott. Da unten sind sie rausgekommen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss die Geisel loskriegen. Gehen wir da rüber. Gehen Sie raus. Schnell. Sie auch. Irgendwie haben die Schüsse jetzt nachgelassen. Ich weiß nicht, sind jetzt alle meine Kollegen tot oder was. Ich bin nur noch alleine hier im oberen Geschoss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt sind auf jeden Fall noch alle Nebenräume da zu holen. Oh Gott. Nächster gefunden. Weitere Schüsse fallen. Mann, 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 Mann. Okay. Jetzt noch eine Geisel. So, bitte. Raus. Aus. Der Bank. Einfach runterrennen. Sollte alles frei sein. Oh Gott. Oh, da. Kollege nicht noch. Da hinten ist auch noch einer. Achtung, scheiße. Kollege hast du nicht gesehen. Achtung, Kollege. Hände hoch. Okay. Er wollte nicht hören. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, mein Kollege wird gerade abgeschossen. Oh ja, ich konnte ihm helfen. Gut, weitere Personen ausgeschaltet. Oh Gott. Da unten sind noch einige. Oh, mein Kollege wurde getroffen. Aber lass ihn mir rein, Alter. Waffe runter. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Waffe runter. Nächste Person ausgeschaltet. Wir gehen runter. Da ist noch eine Geisel. Ich muss aber zuerst hinter den Strap diesen nachschauen. Da ist alles gut. Alles gut. Ach, da ist noch einer. Waffe runter. Nächste Person ausgeschaltet. Geht's Ihnen gut? Sie können rausgehen. Einfach raus aus der Bank. So schnell wie möglich. Gut. Ich glaube, wir gehen jetzt noch runter zum Tresor. Alles noch ruhig, Kollegen. Okay, noch eine weitere Geisel am Start hier. Ach du Scheiße. Oh Gott. Die haben sich jetzt so gesprengt. Einige Leute am Start. Oh Gott. Kollegen, wo seid ihr denn schon wieder? Ich würde alles alleine machen hier. Mann, 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 Mann. Drei Leute. Oh Scheiße. Ich habe die Geisel getroffen. Fuck, 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 fuck. Ein Polizeikollege hat ausgeholfen. So. Oh Scheiße. Ich habe die Geisel getroffen. Mein Fehler. Eine Geisel hat es nicht geschafft. So. Was haben wir hier noch Schönes? Offenes Schließfeier. Gut. Sie haben nichts gestohlen. Gehen wir wieder rauf zu unserem Panzerwagen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch die Rettungskräfte. die eh schon vor Ort sind. Mann, 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 Mann. Was für eine Schießerei wieder. So. Die Geisel sind alle so drüben. Ich rede noch mit dem Käpt'n schnell. So Käpt'n. Wir haben alles geschafft hier. Die Terroristen sind ausgeschaltet. Gut gemacht. Dankeschön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einige Kollegen am Start hier. Wir werden auf jeden Fall noch Gerichtsmediziner brauchen. Und meiner. Meiner liegt auch hier am Boden. Einer meiner Kollegen. Ja, die Gerichtsmediziner und Rettungskräfte haben jetzt noch einiges zu tun. Es sind einige Leichen am Start hier. Ich und meine beiden Kollegen fahren jetzt wieder zurück zum Hauptrevier. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch noch Bock habt, könnt ihr gerne noch diese vier Videos anschauen. Ich bin jetzt raus. Und tschüss. und da. Hier bis成rage G. Oh, wir werden eine Tische einfache. Oh, wir werden noch alle Kruchen fahren. Und nach oben. Bis zum nächsten Mal. Oh, babe. Bis zum nächsten Mal.